Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. Den Schriftzug KRONE kennt sicherlich jeder, der schon mal einen Aufleger gesehen hat, denn Herr Oecker, daher kommen Sie. Das ist unser Ursprung, unser Kern. Trailer, Aufleger, Wechselbrücken, da sind wir stark. Das ist das, was KRONE auszeigt mit dem Nutzfahrzeugbereich. Jetzt haben Sie drumherum mittlerweile, glaube ich, eine ganze Welt geschaffen, oder? Sie haben sich unheimlich breit aufgestellt. Wir versuchen natürlich immer, einen neuen Nutzen für unseren Kunden zu finden. Was sind das für Sachen, die Sie anbieten? So etwas wie Garantieverlängerung zum Beispiel oder eine Rundumschutzversicherung, Faircare, die einfach dem Kunden die Sicherheit gibt, da passiert gar nichts mehr, das kann er einfach nutzen. Und wenn irgendwie etwas passiert, ist er abgesichert durch uns. Also eigentlich wollen Sie den Kunden von vorne bis hinten bedienen? So weit, dass wir ihn von nutzen, ist natürlich sehr, sehr gar nicht. Ich meine, Ersatzteile ist natürlich auch ein großes und wichtiges Geschäft und auch wichtig für unsere Kunden, dass er weiß, dass er die richtige Qualität kriegt. Und genauso Telematik, ein ganz anderer, ganz neuer Bereich. Digitale Services, das sind Themen, wo wir einfach unserem Kunden Nutzen bieten können, um zu sehen, wo sind die Trailer, wo stehen sie, wo kann ich verfolgen, kann kontrollieren, was passiert. Schöne Sache, vielen Dank. Gerne. 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 Gerne.